Hallöchen und Willkommen zu Part Elf von Let's Play Aiwanne BW Gei, oh yeah, und ich trinke das Kellerbier der Mönche, oh yeah, ich trinke Bier, ich bin ein Tier, heute mal wieder gut gelaunt, dreh dich wieder gegen Lego, Schwiegermutter, Herr der Ringe, Dingsbums an, Lego, Herr der Ringe, Schwiegermutter, ein Außenbild, Seerat, oh, das war wohl nix, machen wir genauso weiter wie die letzten zwei Parts, das wird bestimmt gut ankommen, ja, ich hab mich letztes mal aufgeregt, ein bisschen ab, heute gut gelaunt, noch, redig gegen den fixeren Boss, Lego, Schwiegermutter aus, Lego, Star Wars, Lego, Herr der Ringe, aha, ich bin böse, so, du böse Möse, jetzt gibt's einen auf die Fressluke, so, mit dem magischen Getränk Bier werde ich dich besiegen und toppen können und alles, ja, Bier, sie wird bei mir eine gewisse Superkraft, den Riesenständer, so, weiterhin scheißelabern, check, ähm, weiterhin gegen den Bossfällen, check, Jo, Bitches, Jo, Bitch, halt schon gefrischtet, Bitch, ja, ist ja gut, Lego, Schwiegermutter aus, Lego, Star Wars, komm, lass mich vorbei, oh, und ich sehe keine rote Punkte mehr, komischerweise, oh, woran das liegt, weiß ich jetzt echt nicht, okay, so, ha, bin schlau, ho, ho, ich bin zu gut für dich, oh, 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 Konzentration, dann läuft auch alles, Banane, Banane, Sirax hat Banane gesagt, STIRB, HA HA HA, die Anleitung, eine aus Lego bestehende, Spiegermutter zu besiegen, Endverse of the guy, Eintritt, HA HA, Nö, Eintritt zahlen wir gar nicht, so, was passiert dir, das ist die letzte Stage, ho, ho, bin gestorben, Aha, das war so, okay, aha, das wird ein bisschen heiß in der Unterwäsche, nicht, Alter, ich bin heute so gut gelaunt, ich glaube, weil ich Bier trinke, ja, haha, ja, ich gönne mir so ein Markenbier, Alter, dessen Namen ich es nicht nennen darf, auch auf Englom, sagen wir es wohl so, wenn die Mönche, im oder auf dem Hof sind, ich denke, ihr wisst, was ich meine, geh doch fahren, ja, man sieht, ich war hier nicht so oft, in der letzten Stage, deswegen habe ich auch so ein warmes Gefühl in der Unterhose, so, wie meine ich das jetzt, so nicht, Alter, geh doch, Klopapier sammeln, so, furz, Serax hat gefurzt, unanständiger Junge, ich mache den gleichen Fehler nochmal, das ist das geil, aber wenigstens kamen wir mal an Schwiegermutter vorbei, oh yeah, ich dachte schon, ja super, da hatte ich mal das gute Timing, und dann passiert so eine Scheiße, Mann, ey, es ist eine Kutapfel, Kackfix, Böhm, saad, so, jetzt, äh, Mann, immer wenn ich das richtige Timing habe, springe ich immer so dumm, ich bin dumm, Serax, dumm, ja, damit müsst ihr leben, dass Serax dumm ist, so dumm, und einem Jump und One zu spielen, oh mein Gott, er läuft nach links, ah, und das rückwärts, oh, muss man auch mal hinkriegen, wow, wir sind ein bisschen weiter, was passiert jetzt, aha, ah, Kartoffelsack, ist das eine Zibel, Scheiße, Schrecke, Kacke, Wichse, Pumse, Pumse, die Hure, nein, weil die ein schlechtes Schloss hat, deswegen, da tue ich doch meinen Generalschlüssel nicht rein, also wirklich, also wirklich, also wirklich, pfui, so, okay, ist ganz neu, dass die Flamme runterfällt, die Burg lässt echt das Feuer kommen, oh, Spinataschen, oh, lecker, lecker, oh, 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 kacke, ist ja wirklich neu, oh, oh, leck doch meine Nille, wäre ich doch so gedenkig, dann würde ich es selber machen, oh, es mir selber machen, äh, lustig, Serax lustig, so, geht doch, meine Scheiße, am Spiel, ja, super gemacht, hast du ganz toll gemacht, guter Junge, ey, meine Presse, von dem Spiel wird man echt verrückt, so, einmal durchgerascht, gerascht, la rasch, oh, oh, okay, aha, das dürfte doch machbar sein, wenn da nicht irgendwas rausfliegen, aber ich denke, die Blöcke, ja, Penis, ja, ich habe einen, dumme Frage, hä, brauche ich super mal, man, hast du einen Penis, dann sagt er, nein, ich bin verheiratet, aber meine, meine Frau hat einen Schwanz, irgendwas ist da schief gelaufen, ja, ich weiß, der Band ist so gut, alter, geh doch, die einen Zwiebelschreck lutschen, ey, Herr Zwiebelschreck, so, schlechtes Timing, Serax, oh, Gott, oh, meine Fresse, das kann ja hier lustig werden, also beim nächsten Speicherpunkt, gehe ich in Rente, so, ha, oh, yeah, so, ich bin geil, ich töte mich in den nächsten, spätestens in den nächsten zwei Minuten, ja, spätestens, ich bin richtig geile Scheiße, meine, oh, oh, wie interessant, meine Güte, meine, meine, meine Güte, meine Fresse, kacke, der Part ist schon zur Hälfte vorbei, und wir gurken hier noch rum, alter, geh doch, die einen lutschen, oh, warum, warum habe ich heute keine Fahrstunde, oh, wow, ganz neu, diese Stelle haben wir echt noch nie gesehen, und warum brennt die Scheiße hier, warum sterbe ich da, warum muss ich da sterben, warum fällt die Scheiße da plötzlich runter, warum zur Teufel, zack, zack, oh, super, einmalig richtig gesprungen, ein einziges Mal, oh, man kann ich nicht zwei Hitballs aushalten, ach so, ja, das stimmt, stimmt ja, ist einfach eine Bibi, putz, mh, 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 ja, meine Fresse, jetzt erst mal ein Bein kratzen, schlechtes Timing, ey, ich bin so unkonzentriert gerade, ich brauche noch mehr von dem Zauber dran, so, so, ich hätte da aber doch gerne lieber Mie, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt, ich bin so dumm zum Sprengen, äh, Gerax dumm, äh, jetzt sprichst du mal gescheit, Gerax, ja, soviel dazu, äh, ist das eine Gülle, schon wieder, war es gestern, ja, es war gestern, wo ich Let's Plays habe, diese letzten drei Parts, diese ganz lustigen, lustigen, bunte, mushy Parts, so, meine Fresse, ey, erst mal taubelst mal sterben, kock, kock, kocke, kocke, oh, scheiß, die Pantan, das war aber lustig, Gerax, ah, und jetzt die Decke, und keine Sorge, der Boden wird von alleine voll, schon ein neues Kunstwerk kreiert, meine Fresse, oh man, im Recht, ein Bild weiter rechts, müsste doch schon der nächste Speicherpunkt sein, theoretisch gesehen, wenn ich mich nicht, äh, irre, oh, kot, bein, ha, 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 oh, du bist so ein Arsch, du bist so ein Totspiel, ey, jetzt erst mal ne Kürbisgämsuppe, jetzt, ne Kürbisgämsuppe, zum Bier, Apropos Bier, wie in der Mineralwasserwerbung, ah, oh, Sirax lustig, Sirax tot, so, so, eigentlich ist die Stelle ganz einfach, aber ich bin zu dumm zum Springen, und ich mache hier schon 10 Minuten rum, Sirax, dumm, äh, bin ich jetzt tot, nein, mein Kind, du bist, im Großvater, du, ach, egal, das wird jetzt zu bescheuert, vergiss das, was ich sagen wollte, oh, ich bin bescheuert, ich bin so unkonzentriert gerade, das geht hier gar nicht, so, erst mal aufstoßen, dann weiterspringen, ah, so, oh, mein Gott, war das etwa, die Ansätze, von dem, Wort, das ich, Skills nenne, oh, Sirax gut, böse Hand, oh, Gott, Gott, schadam, nochmal, Speicher ein, jetzt wird's lustig, äh, was, äh, Leute, wie mache ich denn den Scheiß, okay, das wird lustig, war das nicht mit irgendeiner, ja, da unten ist, ne Plattform, alter, ja, super, aber böse, jetzt erst mal sterben, jetzt erst mal sterben, oh, Gott, ja, ich lebe noch, oh, gleich nicht mehr, ah, ich erinnere mich, an den oberen Loch, müsste jetzt so ein Monster erscheinen, oder so wieder, aber keine Hand, oder so, sondern was viel Schlimmeres, ja, lass das Feuer kommen, ey, ey, super, oh, das finde ich jetzt ganz süß, von dir spielen, oh mein Gott, ich lebe noch, nicht mehr, habe ich mir doch gedacht, Sirax, schlau, äh, da kann man doch unten stehen, nicht wahr, ähm, Spiel, ich spreche zum Spiel, ich bin dein Vater, ey, meine Fresse, das darf doch eigentlich nicht wahr sein, ey, Kartoffelsack, Kartoffelsack, ähm, was, was war das gerade, jetzt erst mal ne Fotze, jetzt erst mal ne Fotze, oh, geil, eine schöne Fotze, mit Wurst, Alter, geht ja lutschen, ist das eine Gülle, das Spiel ist ne Gülle, Sirax, aber warum Let's Play ist das, oh Mann, da ist drauf, kann man doch stehen, lügt mich nicht an, Spiel, äh, 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 ja, ja, ich muss das wissen, Sirax will's wissen, ey, ey, geile Tochter, ich will's wissen, what the fuck, ey, dieses Spiel, dieses Spiel, das ist lustig, wie mach ich das jetzt, so, du wirst bitte keins beiden, gut, gutes Monster, brav, oh ne, ich hasse dieses Labyrinth, wie ging das denn nochmal, hahaha, ja, das wird Spaß, wie ging dieses scheiß Labyrinth denn nochmal, ah, ich glaube ich weiß, oh scheiß, die waren dann nicht schon wieder, auch nicht schon wieder, oh Gott, nicht niesen, Sirax, nicht niesen, niesen ist schlecht, oh, es passieren ganz lustige Dinge, wenn wir falsch sind, so, und die Steine töten, und, und die Steine auch, nö, ich hab echt nicht gedacht, ich hab gedacht, die klutschen, äh, Sirax dumm, lalalalalala, überhaupt nicht, nerven, äh, muss ich da nicht rechts, ich würd schon richtig liegen, alter, geht, äh, ja, dieses Projekt, es rammelt mich, oh yeah, dann bis zum nächsten Mal, haha, ciao, ciao, auf Wiedersehen, oh yeah, ja,